Hi, ich bin Candice, die Wolfgang-Vertreterin für Österreich. Ich bin da ein paar Outerwear-Styles zu erklären. Hier haben wir unsere breiten Anorak. Das ist ein Carryover-Style, das haben wir länger. Wir kaufen das ja gut. Das ist ein super Style mit genug Tech-Features. Du hast 15K, 15K. Bei der Zipper hier ist das eine wasserfeste Zipper, die runter geht. Ein paar Löcke für Breathability. Und da drinnen haben wir diese Super Soft Suede für dein Gesicht, wenn man in der Jacke ist, dass es angenehm ist. Man kann die Hood gut verstellen. Du hast die Möglichkeit von hinten so zu verstellen. Und dann drinnen hast du Clips, wo man die Gabels reinklippen kann. Und was auch gut ist bei den Hoods und allen Hoods, bei Wolken-Snowjacken sind sie Helm-compatible. Man kann das auch mit Helm tragen und hat man trotzdem die Mobilität. So auf die Ärmel sehen wir, haben wir ein wiederes Cuff System mit auch dieser Elastic Boot hier. Du kannst das über der Glove oder unterhalb, beim Segar. Und bei dieser Jacke haben wir die Ventilation und das ist mit dem Mesh Lining hier für Breathability. Und auf der linken Seite schaut es ein bisschen anderes aus, weil es ist ein Anorak und zippt das ganz durch. Wie man so die Jacke leichter anziehen kann. Aber wenn man fahren ist, das ist ein Doppelweg, kann man in beide Richtungen zippen. Du hast einfach das Mesh nicht da. Wie wir drinnen sehen, haben wir eine Elastic Schneefang mit unserem Ziptec System. Ziptec ist patentiert bei Wolken. Wir können mit jeder Hose, jeder Jacke zusammensicken hinten. Ganz egal welche. Und da haben wir auch ein V-Science Lining, das auch für Moisture und Breathability zusätzlich zu einem Membran. Hier haben wir eine Kangaroo Pucket in der Mitte. Das kommt in der Mitte und da haben wir auch so ein Cinch, das man halt unterhalb eng machen kann. Und dann der Release ist da her. Dann drückst du hier und dann geht es wieder auf. Wir haben ja ganz viele Taschen bei dieser Jacke. Dann haben wir noch eine Tasche hier. Du kannst dein Handy rein tun, ganz egal. Und dann haben wir auch, wir sagen so ein neues Packet bei uns. Da kann man sein Handy auch dazu und das einfahren und Musik hören. Und dann auch das gleiche Größe von Taschen. Die Jacke hat ganz viel. Das einzige ist es ungefüttert, aber das passt. Weil das ist ein looser Fit. Du kannst leicht was unter anziehen. Ja. Ganz bequem, schöne Farbe. Das ist die Light Military Farbe. Schaut super aus. Wir haben das mit die Rhone Bibs zum kombinieren. Das ist ein klassischer Style bei Wokam. Das ist auch mit dem gleichen Stoff. Das ist ein V-Science Two-Layer Oxford Stretch mit Imprieve. Die haben das beide so richtig schönen Stretchy-Stoff, das auch 15K ist. Du bist gut geschützt von Wasser und von Wind. So oben haben wir die elastische Träger bei der Rhone Bib. Du kannst die ganz leicht umstellen. Da gibt es dann dieses Velcro System hier. Und das ist ganz bequem. Was hören wir von Kundschaft? Wir mögen das. Es tut nicht weh hier. Trognet auf die Schultern. Und was richtig klasse ist, dass auch die Seiten, dass wir diese Lycra Material haben, dass man hier einen guten Platz hat und Mobilität hat. Das ist richtig schön bei dem. Du hast auch die Möglichkeit hier zum Aufiziten, dass ein bisschen mehr Platz machen. Das gibt auch eine Opening hier, damit man aufs Klo gehen kann. Aber dieser Knopf hier ist eigentlich nur, damit das nicht komisch ausschaut. Und bei den Hosen haben wir Vertical Taschen mit gut Platz für die Hände auf beiden Seiten. Und dann hinten haben wir noch zwei Taschen mit der Platte drüber. Das schützt dann, dass kein Wasser reinkommt, weil du hast genug Schutz hier. Die Hosen wird verstärkt. Das ist dann immer lustig mit der Wolken Stone hinten. Die Hosen generell ist triple reinforced und haltet gut aus. Und wie bei jeder Wolkenhose haben wir auch dieses Mesh Line Ventilationssystem. Es geht auf beide Seiten statt ganz durch. Ah, ich habe eine Tasche vergessen. Du hast oben dann noch zwei Taschen. Du hast eine größere, so eine Känguritasche und dann diese kleinere. So, wenn du die Kombi anhast, kannst du ganz viele Sachen verstauen. Das ist ja schön. Und dann bei den Hosen, so unten bei den Händen. Das ist auch reinforced. Das sieht man hier. Das ist verstärkt. Das geht ganz leicht rüber. Das ist Snowboard Schuhe. Und dann hast du die Gaiter mit dem Clip System hier. Von fit her. Die Hosen ist loose, aber da wird es dann tapered bei den Knien. Da sieht man, wie das reingeht. Das ist ganz klasse. Das hat man richtig gut Platz zum Biegen und alles. Das ist eine klasse Hose. Schaut super aus. Eine von unseren Bestbekauften.